Wie lange gibt ihr diese Albenfotten? Fünf, sechs, sieben, acht, neun, aus! Hey, ist okay? Henry, die ist wunderschön. Ich weiß, diese Kette gehört meiner verstorbene Mutter. Die bedeutet dir doch sicher sehr viel. Genau deswegen schenke ich sie dir. So, ich schlage vor, dass wir in den Salon gehen. Dort können wir in Ruhe über das Konzept sprechen. Ach, wissen Sie was? Mir wäre es lieber, wenn Ihr Chef mich erst einmal durch das Schloss führen würde. Wollen wir, Herr Brockmann? Und der trainiert dich bestimmt gratis. Ach, nee. Das ist Daniel, dein zukünftiger Sparingspartner, mein Neffe. Wenn ich dich nennen würde. Was ist dein Name? Forbidden love, go straight to your heart and your soul. Losing control. So sieht man sich wieder. Ach, ihr kennt euch schon? Flüchtig und dabei bin ich es auch belastend. Daniel hat die Amateurmeisterschaft im Leichtgewicht gewonnen. Also einen besseren Sparingspartner findest du nicht. Na komm schon. Nein. Dennis, warte doch. Was ist denn los? Sagen Sie, stimmt irgendwas nicht? Herr Hilchenbach, ich glaube, ich muss etwas richtigstellen. Ich, ähm... Patrick ist nicht nur mein Chef. Wir sind auch privat zusammen. Ja, das ist mir nicht entgangen. Und das ist kein Problem für Sie? Also, wenn es für Sie keins ist? Absolut nicht, oder? Nein, nein, nein. Gut. Dann lassen Sie uns Nägel mit Köpfen machen. Ja, gut. Wenn ich bitten darf. Der Westflügel, der entspricht sicherlich Ihren Vorstellungen. Ich bin schon sehr gespannt. Und, ähm... Entschuldigen Sie bitte. Selbstverständlich. Ja, hallo? Ja, hallo? Verstehe. Also, du musst ihn davon überzeugen, die Bildersammlung als Hintergrund für die Aufnahmen zu nehmen. Jackie, du hast Sorgen. Der Typ denkt, ich sei dein Chef. Das müssen wir richtigstellen. Um Gottes Willen, nein. Lass ihn in dem Glauben, dass ich für dich arbeite. Er scheint große Stücke auf dich zu halten. Wenn du ihm was vorschlägst, dann geht er bestimmt drauf ein. Ja, du meinst... Ja, und jetzt los. Du überzeugst ihn davon, dass es für seine Aufnahmen keinen besseren Hintergrund auf der Welt gibt als die Bildersammlung. Darauf kannst du dich verlassen. Was willst du mir denn zeigen? Abwarten. Mach's doch nicht so spannend. Augen zu. Aber dann sehe ich nichts mehr. Keine Widerrede. Also gut. Nicht schauen. Ich versuche, mich zu beherrschen. Augen auf. Und? Gefällt es dir? Es ist perfekt. Diese Linienführung. Die Natürlichkeit der Proportion. Also jetzt übertreibst du, aber so gut male ich auch wieder nicht. Na, aber rede denn davon. Das Modell. Ich wusste gar nicht, dass ich so gut aussehe. Du bist unmöglich. Das ist die Rache dafür, dass du mich so lange auf die Folter gespannt hast. Na, warte. Caroline. Das Bild ist das schönste Geschenk, das du mir jemals machen kannst. Langsam kann ich verstehen, weshalb Dennis sauber ist. Der Typ hat mich herausgefordert. Du hattest ihm sagen müssen, dass er keine Chance hat. Hab ich. Aber er wollte mir nicht glauben. Wie hast du es ihm denn gesagt? In aller Bescheidenheit. Ja, du hast ihn auflaufen lassen. Ja. Und es hat mir tierisch Spaß gemacht, diesen Angeber auszuzählen. Du bist wie dein Vater. Was sie nicht sagen, Hochhörden. Vorsicht, sonst muss ich dir meine Lektion erteilen, erbringen. Welche? Wie man zu Boden geht und wieder aufsteht? Unterschärzt mich nicht. Ich bin gut in Form. Ja, ja. Keiner boxt wie du. Aber mal im Ernst. Wenn du so gut bist, warum trainierst du dann nicht, Ekel, Dennis? Weil ich andere Verpflichtungen habe. Tja, dann übernehme ich die für dich. Du hast also während deines Sportstudiums noch Zeit? Ja. Aber nicht für Dennis. Na komm schon, der Junge ist okay. Das ist ein Schläger ohne Hirn. Möchte nur wissen, welche Idiot den in den Ring gebracht hat. Ich. Tu mir den Gefallen und unterrichte ihn. Okay? Ja. Aber erst mal nur probeweise. Nee, erwarte ich ja gar nicht. Willst du auch eins? Nein. Mann, hast du wieder eine Laune? Das ist nur äußerlich. Innerlich mache ich Luftsprünge. Wer es glaubt. Dann frag nicht so blöd. Idiot. Wenn es für mich ist, bin ich da. Ja, großer Meister. Hallo? Erraten. Danke der Nachfrage. Ich werde schon überleben. Nein, tut mir leid. Kann ich ihm was ausrichten? Okay, alles klar. Sag ich ihm. Tschüss. Wer war's denn? Tillmann. Er lässt dir ausrichten, dass Daniel einverstanden ist. Mehr hat er nicht gesagt? Nee. Verrätst du mir, um was es geht? Ich soll seinem Neffen, diesem Daniel, Sparringstunden geben. Du? Wer sonst? Ja, Tillmann, der hat's dir doch auch beigebracht. Ich hab's mir selber beigebracht. Tillmann hat nur die Technik verfeinert. Und, gibst ihm die Trainingsstunden? Sehe ich so aus? Entschuldige, dass ich gefragt hab. Sag mal, der Typ gestern in der Boxhalle hieß der nicht Daniel? Ja. Und wie es der Zufall will, ist Tillmann sein Onkel. So einen Neffen hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Sag mal, stehst du auf das Weichei? Hässlich ist er nicht grad. Schade, dass ich das nicht früher gewusst hab. Jetzt hätte ich ihm noch ein paar Acken mehr verpasst. Wer hat eigentlich gewonnen? Glatter Chaos-Sieg. Deshalb soll ich ihn auch trainieren. Aber du denkst nicht dran. Du sagst es. Danke. Und entschuldige, wenn wir gestört haben. Schon gut. Sag mal, was hast du mal eigentlich noch alles verheimlicht? Wie meinst du das? Naja, du bist nicht nur eine ausgezeichnete Kunstexpertin, sondern auch noch eine talentierte Maler. Sieht aus wie einer der alten Meister. Naja, ich hab mich eben viel mit ihnen beschäftigt. Und das beeinflusst den eigenen Stil. Na, denen stehst du auf jeden Fall dem Nichts nach. Auf den ersten Blick vielleicht. Aber wenn du genau hinsiehst, die Perspektive stimmt nicht. Naja, trotzdem. Du malst mit derselben Hingabe. Das liegt am Modell. Du musstest dir sehr gut eingeprägt haben. Oder hattest du eine Vorlage? Nein. Ich hab aus der Erinnerung heraus gemalt. Dann hast du aber ein sehr gutes Gedächtnis. Menschen, die mir wichtig sind, vergesse ich nicht so schnell. Geht mir genauso. Aber lass uns doch von was anderem reden. Vergessen hört sich so nach Abschied an. Wir sind doch gerade erst am Anfang, oder? Was hältst du von einem romantischen Abendessen heute Abend? Gern. Ich freu mich. Ah, da seid ihr ja. Wie hat Ihnen die Schlossführung denn gefallen? Also ich muss sagen, Herr Brockmann hat wirklich ein ausgezeichnetes Auge für stilvolles Ambiente. Danke. Herr Hilchenbach war besonders von meinem Vorschlag begeistert, die Bildergalerie als Hintergrund zu nehmen. Sagen Sie, wo nehmen Sie nur diese ganzen guten Ideen her? Das würde mich auch mal interessieren. Äh, Inspiration? Tja, den Sein gibt's der Herr im Schlaf. So wird es sein. Wir bleiben in Verbindung und weiter so. Die Unterlagen lasse ich Ihnen irgendwie besprochen zukommen. Das ist nett. Ich bin sehr gespannt. Bitte. Danke, ich finde den Weg. Okay. Tschüss. Mensch, es ist doch bestens gelaufen. Inspiration. Jackie, was hätte ich dir machen sollen? Sagen, dass der Vorschlag von dir stammt? Im Übrigen war es deine Ideen, weiter glauben zu lassen, dass ich der Boss bin. Das gibt dir noch lange nicht das Recht, so dick aufzutragen. Das gehört dazu. Auch, dass du ihn so vollschleimst? Weißt du was? Mach deinen Kram alleine. Falls du den Ausgang suchst, der ist da. Und, wie ist es gelaufen? Erstens. Ja, ich weiß, Mama. Ach, bevor ich's vergesse, ich soll dir einen schönen Gruß von Jackie bestellen. Ja, mach ich. Bis dann. Tschüss. Störe ich? Nein, überhaupt nicht. Das war Mama. Sie lässt dich schön grüßen. Danke. Wie geht es ihr denn? Tja, so hart es auch klingt. Aber Friedenau zu verlassen war die einzige Lösung. Aha. Sie kommt bestimmt bald wieder. Ich vermiss sie eben. Und du? Vermisst du Christoph? Hin und wieder, ja? Sieht man dir aber überhaupt nicht an. Falls du auch meine gute Laune anspielst. Die hat ganz andere Gründe. Ach, dann lass mich mal raten. Caroline? Mann, oh Mann, dich hat's ja ganz schön erwischt. Ja. Und ich denke, Caroline geht es genauso. Hm. Hat sie ihren Freund endlich in die Wüste geschickt? Sie arbeitet dran. Na dann, viel Glück. Und? Haben Sie alles bekommen? Schauen Sie nach. Damit könnten Sie die Mona Lisa fälschen. Wer sagt Ihnen, dass ich das nicht schon längst getan habe? Freut mich, dass wenigstens Sie zufrieden sind. Hm. Mir gefällt die Art nicht, wie Sie sich an Abmachungen halten. Beziehungsweise, wie Sie sich nicht daran halten. Ich warte schon über eine halbe Stunde auf Sie. Ja, mir ist etwas dazwischengekommen. Ja, ihr blaublütiger Kavalier. Ich verbitte mir Ihre Unverschämtheiten. Wir leben in einem freien Land. Ich kann sagen, was ich will. Ja, und ich kann tun, was ich will, ohne Ihnen Rechenschaft schuldig zu sein. Genau diese Einstellung hat uns schon eine Stange Geld gekostet. Keine Sorge. Sie kriegen Ihren Bonus. Ich will aber mehr als das. Aha. Die kleine, freche Göre, die mein Portemonnaie gefunden hat, denkt, dass ich Maler bin. Und will ein Porträt von sich. Ja, dann viel Spaß bei der Arbeit. Nein. Sie werden Gabriela zeichnen. Wieso sollte ich das tun? Was würde Henning sagen, wenn Ihr Ex-Freund bei ihm auftaucht und ihm sagt, dass er die Finger von seiner Alten lassen soll? Er würde ihn rauswerfen lassen. Ja. Aber die Art und Weise, wie ich da auftauche... ...durfte sie nicht gerade ins rechte Licht rücken. All die schmutzigen kleinen Dinge, die bei einer Trennung hochkommen. Wollen Sie Durchloch-Dame konfrontieren? Sie müssen ja ganz schön in der Klemme stecken, dass Sie mich so unter Druck setzen. Nein. Ich möchte nur verhindern, dass uns Gabriele auf die Schliche kommt. Und wie stellen Sie sich vor, dass das Ganze ablaufen soll? Ich gehe mal davon aus, dass Sie Ihren Teil der Abmachung einhalten. Wenn mich jemals jemand fragen sollte. Wir haben uns in aller Freundschaft getrennt. Noch eine Cola? Lieber ein Alt. Ist das da für mich noch ein bisschen zu früh? Bist du meine Mutter? Okay. Hi. Darf ich? Wenn's sein muss? Ein Kölsch. Ja, ist was? Scherzkeks. Du bist in Düsseldorf. Hier ein Kölsch zu bestellen, ist ungefähr... ...wie in der Fankurve von Fortuna zu sitzen und FC zu bräunen. Ja, wenn das so ist, dann nehme ich dasselbe wie Dennis. Ein Alt. Kommt sofort. Gibt's noch mehr, was ich zum Überleben wissen muss? Verstehe. Du willst mich auch ins offene Messer werden lassen. Okay, ich hätte dir sagen müssen, dass ich schon länger boxe. Aber angenommen, du wärst in meiner Situation gewesen, ne? Mal ehrlich. Hättest du dir die Gelegenheit entgehen lassen, mich K.O. zu schlagen? Was hältst du davon? Du zeigst mir, was in der Gegend so abgeht und ich bring dir ein paar Tricks im Ring bei. Sind die genauso schlecht wie die Nummer mit dem Kölsch? Psychologie Teil 1. Gib deinem Gegenüber das Gefühl, besser zu sein. Hallo. Hi. Sag mal, wir haben uns doch gestern im Boxring gesehen. Bevor Dennis dich ausgenockt hat. Jackie, lass mich durch. Erst, wenn du mir zugehört hast. Es tut mir leid, dass ich dich vorhin so angefahren habe. Aber erst Hilchenbach und seine Macho-Einstellung und dann spielst du dich noch auf wie der Oberchef. Das war einfach zu viel. Entschuldige mal. Ich wollte ihm doch gleich sagen, dass du der Boss bist. Jetzt lass uns doch nicht streiten wegen Hilchenbach. Ich hab nur das gemacht, was du gesagt hast. Ja, und du hast deswegen deine Jobsuche verschoben. Ich weiß. Und ich bin dir auch dankbar dafür, dass ich deswegen so einen guten Draht zu Hilchenbach gefunden habe. Ja, das merke ich. Ach, du machst es mir auch nicht gerade einfach. Ohne dich und deine Fähigkeit, Menschen von Ideen zu überzeugen, hätte ich es bestimmt nicht geschafft. Das sagst du ja jetzt nur so. Toll. Das denkst du von mir? Ach, Jackie, so habe ich es nicht gemeint. Sondern? Ich finde es ja toll, dass du mich aufbauen willst. Aber wenn ich wirklich so genial bin, warum bekomme ich dann keinen Job? Warum überzeuge ich niemanden von mir? Weil die letzte Ölung nun mal nicht gilt als Praktikum in der Wirtschaft. Ich kann viel mehr. Nur gibt mir niemand die Chance, es zu beweisen. Doch, Hilchenbach hat dir eine gegeben. Wenn du jetzt gut bist, dann empfiehlt er dich sicher weiter. Und wenn ich Mist baue? Jetzt sei doch nicht so pessimistisch. Ich bin doch auch noch da. Nicht mal das traust du mir zu. Jetzt dreh mir doch nicht jedes Wort im Mund um. Du denkst doch, ich sei ein Versager, der alleine nichts auf die Reihe kriegt. Das ist es doch. So, hier dein Ursaft. Danke. Bitte. Was ich dich die ganze Zeit schon fragen wollte. Du hast recht, ich bin Solo. Das war es zwar nicht, aber gut zu wissen. Wie lange boxt du eigentlich schon? Seit ich denken kann. Oh, Boxer und Denken. War das nicht ein Widerspruch? Ja, genauso wie Frauen und Autofahren. Okay, der Punkt geht an dich. Können wir vielleicht über was anderes reden? Wieso? Mich interessiert das Thema. Oder ist es dir unangenehm, weil du gegen Daniel gewonnen hast? Ja, gegen Dennis' pfeilschnelle Rechte konnte ich trotz jahrelanger Erfahrung im Ring nichts ausrichten. Und deshalb willst du auch, dass er dich trainiert? Das hab ich dir doch lang und breit erklärt. Ein guter Sparringpartner ist die halbe Miete. Und was machst du sonst so? Außer Boxen. Ich hab mich für Sport eingeschrieben. Ah, Fachbereich Autorennen? Nee, wie kommst du denn darauf? Na, wegen deines Wagens. Das ist nur ein Hobby. Ja, und das sollte man nicht zum Beruf machen. Genauso wie Boxen. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Nein, danke. Das wäre alles. Du siehst wirklich verlockend aus. Schon, ja. Ich sag nur die Wahrheit. Wenn wir gerade dabei sind. Ich muss dir auch noch etwas sagen. Wie soll ich nur anfangen? Ich würde dir ja gerne helfen, aber da ich nicht weiß, worum es geht. Joachim und ich... Ich hab mich von ihm getrennt. Schon vor ein paar Tagen. Perfektes Timing. Oder hängst du noch an ihm? Kannst du gar nicht. Und jetzt... lass uns tanzen. Ich bin... Ich bin... Nee, ist klar. Wenn ihr gleich genauso schweigsam seid, dann geht euch der Auftrag garantiert flöten. Keine Sorge, wir sagen einfach, wir verstehen uns auch ohne Worte. Ja, in dem Ton kommt das ziemlich glaubwürdig. Uli, ich übe noch, das klappt schon. Ja, pass aber auf, dass sich deine Gesichtsmuskulatur nicht zu sehr verkrampft. Uli hat recht. Wenn wir uns jetzt nicht zusammenreißen, dann war alles umsonst. Sogar unser bescheuerter Streit. Jackie, wenn Hilchenbach kommt, bin ich ein Quell der Freude zufrieden? Dafür, dass du mich nicht hängen lässt. Wie könnte ich? Na also, geht doch. Oh, dein Auftritt. Guten Abend, Herr Hilchenbach. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Nehmen Sie Platz, wir haben eine Kleinigkeit vorbereitet. Nette Idee. Die Unterlagen haben Sie bekommen? Selbstverständlich. Und wie hat Ihnen das Konzept gefallen? Sehr gut. Ja, das war auch ein voller Erfolg. Ja, das kann ich mir vorstellen. Trotzdem möchte ich dieses Mal etwas ganz anderes machen. Was möchten Sie trinken? Ein Mineralwasser, bitte. Ja, ich auch. Gut. Eine Flasche Wasser, okay. Dann lassen Sie Ihr Konzept mal hören. Also, wir haben uns gedacht, wir sollten das Shooting auf dem Bildersaal konzentrieren. Ja, soweit waren wir ja schon. Ich weiß. Wir sollten aber auch die anderen Bereiche von Friedenau, wie den Park und die Stallung, mit einbeziehen. Entschuldigen Sie, Herr Brockmann, aber ich möchte in erster Linie die Mode präsentieren, nicht das Schloss. Genau darum geht es. Wir stellen uns eine Art Fotostory vor. Hauptdarsteller ist Ihre Mode. Eine Fotostory? Aha. Ja. Gratuliere. Sie haben nicht nur eine fähige Assistentin, Sie haben auch den Auftrag. Da komme ich ja genau im richtigen Moment. Lass mal stecken. Geht auf mich. Oh, danke. Viel Spaß im Fitnesscenter. Werde ich bestimmt haben. Tschüss. Danke, dass du dich gehalten hast. Na, bedank dich nicht zu früh. Im Ring gibt es dafür eins auf die Mütze. Es bleibt doch dabei, oder? Klar, von mir aus können wir gleich was. Aber ich darf nur eben austreten. Kein Problem. Okay, dann studiere ich dich halt erstmal im Sitzen. Und? Zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Dass auch du nicht unschlagbar bist. Ich habe sogar deinen Onkel mal schlafen geschickt. Du hast Tillmann K.O. geschlagen? Früher, wie ihm das nicht passiert. Wieso war er so gut? Ja, ich habe viel von ihm gelernt. Er war es auch, der mich zum Boxen gebracht hat. Lass mich raten. Du hast es Probleme, deine Aggressionen im Zaum zu halten. Besonders meinem Vater gegenüber. Wir sind nicht immer einer Meinung. Das kommt mir bekannt vor. Ja, Tillmann meinte, dass das Boxen mir helfen könnte. Ich sollte lernen, nicht wegen jeder Kleinigkeit gleich auszurasten. Hat das was genutzt? Überzeug dich selbst. Wenn du willst, dann schnippe ich mit dem Finger und ein ganzes Streichorchester spielt. Wozu brauchen wir Musik? Stimmt. Wozu eigentlich? Die Musiker würden ja sowieso nur stören. Caroline? Ich? Ich? Besser, ich... Besser, ich... Ich gehe jetzt. Danke für den schönen Abend. Schön, dass wir uns so schnell einig geworden sind. Bedanken Sie sich bei Herrn Brockmann. Sein Werbekonzept war wirklich überzeugend. Der Champagner. Hey. Tut mir leid, aber ich muss mich leider verabschieden. Wollen wir nicht noch gemeinsam anstoßen? Ich würde sagen, das holen wir nach, wenn wir den Vertrag unterschreiben. Gut. Ich melde mich dann bei Ihnen und wir vereinbaren einen Termin. Danke. Warum passiert mir sowas nie? Nick bedient die Kunden, verkauft alles und ich brauche nur noch das Geld zu zählen. Und irgendwas machst du falsch. Ja. Wirklich gute Arbeit. Danke. Aber eigentlich war es Jackies Verdienst. Sie hatte den kreativen Input. Und du hast die Verhandlungen geführt. Ihr seid eben ein gutes Team. Habt ihr denn nicht noch Lust, weiter gemeinsam an dem Auftrag zu arbeiten? Ja, bitte? Oh, Henning. So abrupt können wir den Abend unmöglich enden lassen. Bitte. Wir sollten nichts überstürzen. Carolin. Wir haben doch jetzt lang genug gewartet, oder? Oh, 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 oh. And I can't stand the pain. When I call out your name. Forbidden love. Go straight to your heart and your soul. Losing control. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020